Drum auf den Berg, ja da steht ein kleiner Zwerg. Meine Damen und Herren, liebe Zuse, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer ganz besonderen sportlichen Reportage. Wir sind unterwegs im Namen der Jutzis, denn das große Jutzi-Hobmeer, das zieht die Massen an. Und da gibt es ganz speziell auch am zweiten Tag einen aktiven Fan-Wandertag. Das bedeutet, die Jutzis gehen mit ihren Fans ein bisschen wandern und das ganz besonders hier in Fügen bei einem herrlichen Panorama. Ich bin am Weg, ich mache mich jetzt sozusagen auf, um diese Jutzis-Fans zu erwischen. Die sind glaube ich schon unterwegs und wie immer, der Steirer kommt zu spät. Seien Sie mit dabei, ob wir es erwischen und wer alles mit dabei ist, das sehen Sie jetzt in dieser Reportage. Ja, liebe Zuse, es ist mir fast gelungen, die Jutzis und deren Fans einzuholen. Die meisten sitzen schon da hinten, denn gleich gibt es auch natürlich Musik und ein Konzert von den jungen Zillertallern. Aber wie die Stimmung ist, wie die Wanderung so war, das werden wir uns jetzt alles einholen. Und zwar von vielen Stimmen, der Fans, der Familienmitglieder und der Freunde, der jungen Zillertall. Also kommen Sie mit, jetzt haben wir es echt geschafft. Und ich bin von oben bis unten alles allein gegangen, das können Sie mir glauben. Markus, so ein Fan-Wandertag ist aber auch ganz was Besonderes. Gleich wie der Eröffnungsabend, ich glaube, da hat man wirklich Zeit, den Gästen, die aus nah und fern anreisen, die Fans ein bisschen so die Heimat zu zeigen, oder? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einfach, wir sind ja sehr stolz auf unsere Heimat, deswegen tragen wir ja auch das Zillertall in unserem Namen. Und wenn man dann das Obmehr hat, dann sind wir auch mit Stolz dabei, das zu präsentieren. Und wenn man da so sieht, wir gehen jetzt gerade über die Skipiste runter, wo ich eigentlich im Winter immer mit den Skiern nach oben gehe oder nach unten fahre, ist wirklich schön und auch für uns ein gewisser Ausgleich. Man kommt wieder einmal in den Berg, man genießt einfach auch die Atmosphäre bei uns und wenn man das dann noch mit so vielen Freunden machen kann, ist es super und legendär. Jetzt geht es dann rein oder auf die Hütten oder neben die Hütten, wie das Wetter mitspielt, ganz egal. Und heute am Abend, dann hat man wieder, fast für die Jungen, es gibt, glaube ich, heute eine ganz tolle Party, ganz speziell in Zusammenarbeit, in Kooperation mit der Landjugend. Ja, es ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, es soll ja quasi für jede Generation was dabei sein. Und das ist auch bei unserer Musik so, dass es, man sagt ja sehr oft, Volksmusikschlager ist eher was für das ältere Publikum. Das ist bei uns im Gegenteil eigentlich. Wir haben wirklich auch sehr, sehr viele junge Fans, sehr, sehr viele junge Freunde, die immer wieder kommen und unter anderem auch die Landjugend. Und die ist auf uns zugekommen und hat gesagt, sie würde gerne irgendwo mit uns in Kooperation was machen. Und da haben wir gesagt, der Freitag wäre doch ideal. Normalerweise haben wir am Freitag immer Wanderung gehabt und danach den Soundcheck auf der Bühne quasi. Und da sind halt dann einige gekommen, mit uns ein bisschen Soundcheck-Bier zu trinken. Und so haben wir gesagt, naja, das machen wir heuer einfach gemeinsam mit der Landjugend und auch was für die Jugend. Perfekt. Hier harmoniert einfach alles im Zillertal, vor allem, wenn die jungen Zillertaler was anpacken. Danke dir, Markus. Alles Gute fürs Wochenende und toi, toi, toi. Danke, danke für euer Kommen. Danke. Die Landjugend kooperiert mit den Jutsis und das kann nur ein Spektakel werden. Ja, natürlich. Also wir haben diesen DJ Max, den DJ Realer ist heute am Abend dabei. Party-Stimmung pur. Das ganze Doof ist dabei, die Landjugend. Und ja, mega Party natürlich. Und dass wir alle ready sind für die große Party dann morgen. Und für das Erlebnis, wie es schon schön präsentiert wird. Hallo Julia, hallo Julia. Du hast mir eine ganz lustige Geschichte erzählt. Das erste Mal Jutsi Live war ein verstecktes Mal. Ja, das ist richtig. Erklär uns das ganz klar. Wie gesagt, ich habe die Jungs gesehen und dann habe ich gedacht, mei, das wäre was für dich. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich kenne für euch in Deutschland ein bisschen was du. Und wir haben gesagt, ja, das wäre ganz super. Und ich habe gesagt, ich mache das gern. Ich mache mir Spaß. Und deswegen läuft das auch in Deutschland draußen ganz, ganz gut. Ja, meine Damen und Herren, wir sind mit der Kamera unterwegs. Aber da gibt es auch noch Personen, die alles das ganze Wochenende das Jutsi Open Air bildlich festhalten. Und da hat man sich zum Beispiel auch den besten Fotografen aus der Schweiz gesichert, wenn man das so sagen darf. Was ist eigentlich für dich so der schönste Punkt in all diesen Paketen, in diesen Programmpunkten? Ja, es gibt zwei Punkte. Der eine ist sicher der Begrüßungsabend. Das ist schön familiär. Das sind die Jutsi-Family, die Fanclub-Mitglieder sind alle dort. Und das andere ist natürlich das Open Air selber. Und dann, wenn die Jutsis auf die Bühne kommen, ich denke, das ist ja das Highlight für alle, die da sind. Das Menschliche, dass die jungen Zillotaler auch leben, das hören wir immer wieder. Wir sind heute beim Obergang beieinander gewesen. Das ist das Persönliche. Das ist leider sehr viel verloren gegangen. Aber dafür haben sie auch so viel Erfolg. Wenn Stars zu Freunde werden, dann ergibt sich sowas. Eine Familie. Ja, eine Familie, ja. Danke. Alles Gute und schöne Zeit noch da. Danke, tschüss. Einen ganz besonderen Punkt zu dem Begrüßungsabend oder dann das Feuerwerk zum Schluss. Was ist für dich so der Special Moment bei diesem Erlebnis? Ja, bei mir ist das schon immer unser Konzert am Samstag. Und dann halt am Ende großes Finale mit Feuerwerk und so. Das hat schon was. Das hat schon was, wie das Ganze Open Air. Danke, Muck. Alles Gute und was trinkt man da jetzt auf dieser Mittelstation? Buttermilch oder Bier. Ich bleib heute bei ersteren. Dankeschön. Ja, liebe Zuseher, das ist das große Finale. Das ist der Wandertag. Besser gesagt, das war er leider Gottes schon. Ich freue mich jetzt schon wieder auf nächstes Jahr. Muss ich vielleicht ein bisschen mehr trainieren, damit man dann so dermaßen gut aussieht und so sportlich ist. Dani, wandern ist ganz schön hier. Das ist schon klar. Aber wenn man mit Fans wandern geht und Wanderungen bestreitet, ist das vielleicht doppelt so schön? Absolut doppelt so schön. Ich meine, in der Natur zu sein ist sowieso immer schön. Und wenn man dann mit den Fans wirklich Zeit hat, weil da ist man einfach eine Stunde, eineinhalb unterwegs und trifft den einen in den anderen, der andere schneller, der andere langsamer. Und man kommt ins Gespräch und Smalltalk und so nah hat man die Fans nicht selten. Und sie uns auch nicht. Und von dem ist das eine total super Möglichkeit. Zum Abschluss dieser Reportage darf ich Werbung machen, meine Damen und Herren. Auch ich habe das jetzt gelernt. Man hört das immer wieder. Das ist ein Spektakel im Zillador, wenn die Jutsis dieses Open Air dann schmeißen. Aber im Endeffekt ist es schon Action pur. Aber auch, wie du sagst, sehr familiär, sehr besonders. Ich glaube, das wissen vielleicht viele gar nicht, dass man so viel Zeit dann auch mit euch hat. Man glaubt vielleicht, ja, bei den Auftritten, da ist man zeitlich gebunden, man muss wieder weiter. Aber da schenkt man den Fans wirklich sehr viel zurück. Absolut. Über die Medien geht natürlich hauptsächlich der Samstag raus. Und wenn da tausende Leute sind, dann sind das natürlich andere Bilder, die wir da zeigen. Dafür bin ich jetzt. Und vom Andern und vom Begrüßungsabend, wo das einfach viel intimer ist und viel näher und auch persönlicher. Die Mischung, die macht es einfach perfekt. Daniel, danke dir. Alles Gute weiter noch für die nächsten Tage, für die nächsten Stunden. Und bis 2023 spätestens. Unbedingt. Danke.